180.000 Views auf meine letzte Folge The Walking Dead und dazu noch gut 4.000 neue Abonnenten in der letzten Woche, das muss gefeiert werden. Und zur Feier des Tages mache ich nicht nur mal wieder ein Kommentar-Bromentieren, sondern ich habe auch was zu verschenken und zwar ein Battlefield 1 Battle Pack. Also jetzt nicht nur irgend so eins, sondern eins von den Schwarzen. Und auch nicht irgend so eins von den Schwarzen, sondern so ein richtiges. So eins nämlich. Was da drin ist und wie ihr das gewinnen könnt, das sage ich euch später, aber jetzt kommen wir erstmal zu ein paar Kommentaren. Uuh, zu schwer. Schwer ist genau das Stichwort eines Punktes aus dem USK-Video, den ich noch präzisieren wollte. Denn dazu fragt Felix FTP, kennt ihr das Game Cuphead? Das ist abartig schwer etc. pp. und ist einfach ab 6. Ich habe ja gesagt, dass der Schwierigkeitsgrad in gewisser Weise auch Einfluss auf die Alterseinstufung nimmt. Und das war so ein bisschen vereinfacht, denn ich meinte ja nochmal im Detail, es geht halt um den Stress, um diesen Aktionsdruck, den so ein Spiel ausübt. Also wenn du irgendwas unter Zeitdruck machen musst und das ist sehr aufregend alles, dann ist das im Zweifel höher einzustufen als sowas wie Minecraft, wo du halt alle Zeit der Welt hast. Also Minecraft-Kreativ-Modus. Und wenn du halt in Portal, um bei dem Beispiel zu bleiben, unter Zeitdruck welche Rätsel lösen musst, weil halt Giftgas in die Kammer reinkommt oder du von Wachtürmen beschossen wirst, dann mag das erklären, warum das Spiel eben ab 12 ist. Davon abgesehen, Giftgas und mit Maschinengewehren beschossen werden spricht schon mal nicht für eine 6er oder 0er Freigabe. Der Typ mit dem Watchman-Smiley und ohne Namen schreibt, ich frage mich immer noch, wie Battlefield 1 mit einer Altersbeschränkung von 16 durchgekommen ist. Ehrlich gesagt, das frage ich mich auch. Denn wenn man bedenkt, was ich ja im USK-Video gesagt habe, dass gerade irgendwie besonders realistische Grafik und besonders dichte Atmosphäre, die es einem schwer machen, sich von dem Spiel zu distanzieren, dass genau das dafür spricht, dass so ein Spiel vielleicht jugendbeeinträchtigend ist. Und da hätte ich tatsächlich auch gesagt, ja, da kann man eigentlich Battlefield 1 durchaus eine 18 geben. Insbesondere gerade diese Bayonett-Angriffe, die sind ja schon sehr drastisch, die Messerkills und so weiter. Und ich hätte spontan auch gesagt, das Spiel ist doch eigentlich eher eine 18. Aber weil auch so viele von euch konkrete Beispiele gefragt haben, wie kann denn das sein, dass das und das ab 6 ist oder hier Overwatch ab 16 und das andere ab Dings und Dings. Es ist immer schwer zu sagen, wie so genaue Ergebnisse eben zustande gekommen sind. Denn zum einen sitzt da eben, wie gesagt, immer so ein Gremium und dieses Gremium wechselt auch durch. Das heißt, wenn du mal da ein paar Leute sitzen hast, die eine andere Einstellung haben als das Gremium von der Woche davor, dann kann da durchaus ein anderes Ergebnis bei rauskommen, als man das erwartet hätte. Der Publisher kann ja auch sagen, hier USK, ich bin mit eurem Ergebnis nicht einverstanden, prüft das bitte nochmal, gegebenenfalls mit einem anderen Gremium. Das kann er also zweimal wiederholen. Und auf der dritten Stufe, dann muss auch wirklich jemand in dieser Runde Vorsitz haben, der die Befähigung zum Richteramt hat. Also das eskaliert dann entsprechend, dass da wirklich in der letzten Instanz ein Volljurist sitzt, der da mit entscheidet. Und so ist es eben bei Dead Space ja auch passiert, dass dieses Spiel, obwohl es nicht verändert worden ist, im dritten Anlauf dann doch die 18er Freigabe bekommen hat. Und auch bei Dead Space hätte ich auch gesagt, boah, das ist so gruselig und so splatterig. Könnte ich schon verstehen, wenn einer sagt, das ist vielleicht schon jugendgefährdend, da dürfen wir gar kein Siegel vergeben. Denn das war ja in den ersten beiden Anläufen offenbar auch das Ergebnis der USK. Aber grundsätzlich weiß man eben nicht, warum die USK genau wie entschieden hat. Denn, das habe ich ja auch erklärt, die USK ist ja die Selbstkontrolle der Spielebranche. Das heißt, das ist keine öffentliche Veranstaltung. Das ist eine Sache zwischen dem Publisher und der USK selbst. Deshalb werden diese Entscheidungen in der Regel eben auch nicht veröffentlicht. Anders ist es bei den Entscheidungen der Bundesprüfstelle, denn das sind öffentliche Verwaltungsakte. Und da kann man auch regelmäßig Einsicht nehmen und schauen, okay, warum sind die genau zu diesem Ergebnis gekommen. Panda möchte wissen, soll heißen, Early Access umgeht sowohl USK als auch BPJM. Denn PUBG ist auf dem Markt. Jeder, der 30 Euro hat, kann es spielen. Ab null Jahren. Das ist krass. Das Spiel wird eh 16, 18 plus eingewertet. Ja, eingestuft. Na, es kommt drauf an. Ich sagte ja, dem Publisher steht es frei, sich von der USK prüfen zu lassen. Er kann auch sagen, ich verzichte auf den ganzen Vorgang und auf die Kohle und veröffentliche das Spiel irgendwie selbst. Dann kann er das natürlich auf seiner eigenen Plattform irgendwie zum Download anbieten und hoffen, dass er eben nicht indiziert wird. Aber natürlich werden so Spiele wie PUBG in erster Linie auch über die Online-Plattformen wie zum Beispiel Steam vertrieben. Und Steam zum Beispiel sagt, uns kommt nichts in den Shop, was nicht von der USK oder ESRB oder PEGI getestet worden ist, so dass sich das freiwillig eben relativiert. Wer also über Steam verkaufen will, der braucht auch eine USK-Freigabe. Und entsprechend ist PUBG tatsächlich auch von der USK schon geprüft worden und ab 18 freigegeben worden. Ihr könnt also auch auf USK.de einen Namen von einem Spiel eingeben und schauen, ob da was geprüft worden ist. Und werdet dann zum Beispiel auch sehen, dass alles, was etwa auf der Gamescom läuft und wenn es nur Trailer sind oder eben Demos und so weiter, alles von der USK geprüft wird. Vasari Rebell möchte wissen, wenn ein Online-Computerspiel eine USK-Einstufung erhalten hat, jedoch nach einiger Zeit zusätzliche Inhalte hinzugefügt werden, Add-ons, DLCs, Patches, muss die Einstufung dann überholt werden oder wie wird das geregelt? Theoretisch kann man ja dann ein völlig harmloses Programm veröffentlichen, eine USK Null bekommen und kurz darauf absolut nicht jugendfreien Content hinzufügen. Könnte man, wenn Add-ons und DLCs nicht auch von den USK geprüft werden müssten? Genau aus solchen Gründen. Es wird niemand vorsätzlich sagen, ich mache hier ein harmloses Spiel und dann haue ich den ganzen Blutkram hinten raus als DLC. Aber das gab es ja früher tatsächlich mal, da gab es ja öfters mal diese Blutpatches und so weiter. Und ich muss zugeben, es hat auch ein bisschen mit meiner Arbeit bei der BPJM zu tun, dass insbesondere die BPJM darauf aufmerksam wurde, dass es ja auch diese Möglichkeiten gibt. Ich kann mich da also entsinnen an die Prüfung von GTA, was war es? Vice City, glaube ich. Damals noch auf der PS2, kann das sein? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall kam da eben auch Rockstar an und hat das Spiel gezeigt. Und ich habe dann eben dem Prüfgremium demonstriert, dass ja, die deutsche Version geschnitten ist, dass du da eben keine Prostituierten mehr verprügeln kannst und kein Geld mehr bekommst und sich keine Blutlachen bilden. Aber, dass man eben einfach in die Einstellungen der Konsole gehen kann und da auf Englisch umstellen kann und dann da ohne großen Akt eben in die ungeschnittene Version kommt. Und da hat die BPJM gesagt, na, das geht ja nun aber nicht. Da war Rockstar ein wenig schockiert. Aber auf jeden Fall ist es seitdem auf jeden Fall ein Thema gewesen, dass Addons und Patches ja so ein Spiel auch verändern. Aber so reine Balancing-Patches, die wird der Publisher der USK natürlich nicht vorlegen, denn da ist ja klar, da verändert sich ja im Spiel nichts. Zur ganzen Frage, ob Spiele Kunst sind und ob Hakenkreuze in Spielen erlaubt sein sollten oder nicht, schreibt Maxis, wenn Spiele keine Kunst sind, dann ist Deutschland eine GmbH. Ja, besitzt zwar keine tiefere Kausalität zueinander, ist jedoch beides Schwachsinn. Das Thema ist ehrlich gesagt auch ein bisschen komplizierter, als ich es in meinem USK-Video angerissen habe, denn das war ja mit 17 Minuten eh schon lang genug. Ich wollte euch nicht mit Details langweilen, aber naja, grundsätzlich sagt man halt, ja, Spiele sind eben im Gegensatz zu Filmen irgendwie keine Kunst und deshalb sind da Hakenkreuze drin verboten. In Wirklichkeit ist es nicht ganz so einfach. Die Spiele, die bislang in Deutschland mit Hakenkreuzen drin verboten bzw. beschlagnahmt worden sind, die sind das eigentlich vorrangig wegen der Gewalt, die drin war. Also Wolfenstein, das alte Wolfenstein zum Beispiel, da wurde zwar auch darauf hingewiesen, im Beschlagnahmebeschluss, ja, da sind Hakenkreuze drin, der Grund für die Beschlagnahme war aber letztlich die Gewalt, auch bei den späteren Wolfensteins. Das ist so ein bisschen tricky, denn wenn der Richter da sitzt und muss über die Spiele entscheiden und kann aber relativ simpel sagen, naja, die Gewalt ist so krass, für mich ist das Gewaltverherrlichung, dann muss er sich gar nicht mehr mit der Frage auseinandersetzen, was er jetzt eigentlich mit den Hakenkreuzen. Da kann er sagen, okay, Gewalt reicht mir. Man zerbricht sich ja auch nicht darüber den Kopf, ob der Mörder, der seinem Opfer das Messer in den Rücken gestochen hat, ob der dann auch noch eine Sachbeschädigung am Hemd begangen hat. Im Zweifel hat er das. Das ist dann halt Tateinheit mit dem Mord, aber der Quatsch, sich noch Gedanken über das Hemd zu machen, wenn ein Mensch gestorben ist. Auch das sind einfache Beispiele, Juristerei ist kompliziert, aber in der Vergangenheit konnten sich die Gerichte eben immer vortrefflich drum drücken, sich der Frage zu stellen, was hat es denn jetzt mit den Hakenkreuzen auf sich. Also kein Spiel von denen, die da beschlagnahmt worden sind, sind explizit wegen der Hakenkreuze beschlagnahmt worden. Nichtsdestotrotz sind Hakenkreuze in Deutschland grundsätzlich erstmal verboten mit den genannten Einschränkungen und eine davon ist eben die Kunst. Jetzt könnte natürlich der Publisher sagen, Bethesda zum Beispiel, ihr wisst, wir bringen Wolfenstein 2 raus, mit Hakenkreuzen in Deutschland, so wie Inglourious Basterds ja auch Hakenkreuze drin hat und Indiana Jones, also die Filme entsprechend auch, und gucken einfach mal, was passiert. Ob dann wirklich ein Gericht aktiv wird und sagt, das ist ein 86a, das Ding wird hiermit beschlagnahmt. Denn Bethesda hat ja von der USK schon das Prüfsiegel bekommen, an der Gewalt würde es nicht liegen. Denn angeblich ist Wolfenstein 2, ja, gewalttechnisch ungeschnitten. Nur, welcher Publisher will denn dieses Risiko eingehen und nachher vielleicht tatsächlich nur, in Anführungsstrichen nur, wegen der Hakenkreuze dann eben irgendwie ein Verfahren an den Hals zu bekommen. Dann heißt es nachher, ah, das sind die mit den Hakenkreuzen, die komische Nazi-Propaganda produzieren. Macht keiner. Das Veragnis würde keiner eingehen. Insofern stimmt das schon. Zensieren sich da die Publisher im Zweifel unnötig selbst, aber das Risiko einzugehen, wirklich einen Präzedenzfall zu schaffen und zu sagen, wir sind jetzt das Spiel, in dem Nazis einfach Gegner sind, so wie Indiana Jones auch Nazi-Gegner verkloppt, das möchte offensichtlich keiner eingehen. Pff, schade. Auch schade ist, dass mein Deo mal wieder versagt. Kurt Kunze schreibt, das mit USK 18 verstehe ich nicht wirklich. Warum ist zum Beispiel in Rainbow Six Siege ab 18, bin 16 und ich merke keine Beeinträchtigung oder so? Wie gesagt, zur Einzelfallentscheidung kann ich keine Aussage treffen. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Siege ab 18, Battlefield 1 ab 16. Ich finde da Battlefield 1 tatsächlich deutlich krasser. Warum habe ich aber diesen Kommentar ausgepickt? Die Aussage, also ich merke bei mir selber keine Beeinträchtigung, ist natürlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, nicht wirklich ein Argument. Der Verrückte merkt ja auch nicht, dass er verrückt ist. Also ich sage um Gottes Willen nicht, dass Computerspiele verrückt machen oder Jugendliche verrückt sind. Aber die Idee des Jugendschutzes ist ja, dass wirklich Kinder und Jugendliche bis zu einem gewissen Grad nicht selber merken, was für sie gut ist und was nicht. Ein Kind, was in einem Haushalt aufwächst, wo es ständig geschlagen wird, wird auch nicht sagen, oh, das ist aber für meine spätere Entwicklung, wird es ganz schön schlecht sein, dass ich hier ständig geschlagen werde. Das kennt es ja nicht anders und wird dann auch nicht sagen, ich gehe hier gerade seelisch kaputt. Wie gesagt, so dramatisch ist das jetzt mit den Computerspielen auch nicht. Aber zu sagen, also ich merke jetzt noch nicht, dass ich Amokläufer werden will oder so, das kann kein Argument sein. El Talaschi schreibt, mal eine Frage. Wie kommt es, dass Spiele ab 18 sind und somit gar nicht für Jugendliche geeignet, also nur ausschließlich für Erwachsene gedacht, diese jedoch Schnitte bekommen? Ist man als erwachsener, volljähriger Bürger nicht mündig genug, um selbst zu entscheiden, ob man sich dieser Gewalt, Stress, Schwierigkeit etc. aussetzen will? Brauchen wir dafür eine Altersfreigabe ab 21, um 100% als Erwachsener und als vollmündiger Bürger zu gelten? Ob ein Spiel geschnitten wird, entscheidet letztlich ja doch immer der Publisher. Denn wie gesagt, solange die USK noch daran sitzt und das Spiel noch in der Entwicklung ist und die USK sagt, da hier die nackten Frauen in Level 7, die haben euch Spaß gemacht, die Schweinchen, wenn ihr die drin lasst, dann wird es ein 18er Titel. Dann bleibt es ja dem Publisher selbst überlassen, ob er die rausnimmt oder drin lässt. Es ist natürlich immer in seinem Interesse ein möglichst niedriges Rating zu bekommen, um eine breitere Käuferschaft zu haben, aber er kann sich dafür selber entscheiden. Er kann genauso gut auch sagen, ich lasse alles so, wie es ist. Er kann sogar sagen, ich produziere ein Spiel für den Index. Das muss ja nicht unbedingt der wirtschaftliche Misserfolg sein. Im Bereich der Computerspiele wahrscheinlich schon, aber man denke an Pornos. Die Pornoindustrie arbeitet komplett für den Index. Ein Porno ist automatisch jugendgefährdend. Und ich kenne jetzt deren Business-Zahlen nicht, aber ich habe den Eindruck, der Pornoindustrie geht es ganz gut. Das heißt, Schnitte in Computerspielen haben letztlich immer nur einen marktwirtschaftlichen Grund. Also jetzt wird natürlich jeder Publisher schimpfen und sagen, nee, aber wir machen es doch natürlich, weil es den Jugendschutz gibt. Aber wie gesagt, das alleine ist jetzt eigentlich nicht das Problem und auch nicht die Mündigkeit des Bürgers, denn wie gesagt, Pornoindustrie, die macht es ja auch so. Und es käme kein Pornohersteller auf die Idee, ein Porno ab 12 rauszubringen. Es käme auch keiner auf die Idee, sich den anzugucken. Haha Legend schreibt, was ich nie verstehen werde, ihr in Deutschland, man kann der Bundeswehr mit 16 Jahren beitreten, aber Spiele wie Call of Duty sind ab 18. Finde ich totaler Schwachsinn. Du darfst der Bundeswehr erst mit 17 beitreten und dann auch nur, wenn du die Einverständniserklärung deiner Eltern hast. Und mit der Einverständniserklärung deiner Eltern kannst du auch Call of Duty spielen und zwar schon mit 8. Würde ich keinem empfehlen, aber es ginge. Wo wir gerade beim Thema Bundeswehr und echte Waffen sind, schreibt Tod HD, hey, nichts gegen Waffen, man müsste nur mal richtig aufklären, dann könnte man auch Jugendliche eine Schusswaffe für zu Hause geben. Ich meine, jeder kann ein Messer mit 7 kaufen und das ist sogar noch gefährlicher. Und wenn, stehen die Teile meist offen rum. Außerdem, warum sollte Schießen jungen Kindern kein Spaß machen dürfen? Ich bin ja ganz anderer Meinung. Und da muss man noch nicht mal theoretisch drüber nachdenken, denn es gibt ja ein praktisches Beispiel, wie schlimme Folgen das hat, wenn ein Land komplett bewaffnet ist. Man schaue auf die USA, wo es mehr Schusswaffen als Einwohner gibt und wo es eben jedes Jahr Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende von Toten durch Schusswaffen gibt. Und ich meine jetzt mal nicht nur die Leute, die eben irgendwie in Gang-Crimes niedergeschossen werden, sondern einfach durch Unfälle, weil sie Waffen falsch bedient haben. Und das kannst du auch mit Aufklärung nicht retten, denn wenn irgendein Land in Sachen privater Waffenbesitz aufgeklärt oder geschult ist, dann sind es wahrscheinlich die USA, einfach weil so viele Leute da bewaffnet sind. Nee, finde ich total daneben. Was man vielleicht von mir nicht erwarten würde, weil ich mich durchaus als Waffennarre bezeichnen würde. Also ich finde Schusswaffen faszinierend. Ich habe früher, ich finde, also Kämpfen und so Kram halt auch faszinierend immer. Früher Kampfsport gemacht, war ja dann auch länger bei der Bundeswehr, bin Offizier geworden mit Leidenschaft letztlich auch. Und wann immer ich mal in den USA bin und die Möglichkeit dazu habe, gehe ich auch auf den Schießstand und mache dazu ja auch gerne mal Videos und so. Und freue mich immer über irgendwelche Publisher-Events, wo man auch mal schießen gehen kann und so. Und klar fände ich es auch schick, so eine Wand voller Schusswaffen zu haben oder so einen Schrank wie John Wick mit Neonbeleuchtung an alles Edel und Zipp und Zapp. Aber wenn das bedeutet, dass jeder da draußen auch so einen Schrank haben darf, dann verzichte ich dankend auf dieses Privileg. Dann möchte ich das gar nicht mehr. Denn man sieht eben an den USA, wie viele Leute aus Versehen, ausgebildete Leute an ihren eigenen Waffen sterben. Allein fangen gar nicht damit an, wie viele Kinder durch Schusswaffen sterben. Insofern ist es auch völliger Quatsch und entbehrt auch jeder Statistik und jeder Logik, zu sagen, Messer sind ja viel gefährlicher. Messer sind ja auch Gebrauchsgegenstände. Mit Messern kannst du ja noch was anders machen. Mit Messern kannst du deine Möhrchen schneiden. Ich weiß jetzt nicht, wie du deine Möhrchen klein machst. Geh mal davon aus, dass du die nicht erschießen wirst. Und insofern macht es überhaupt keinen Sinn, Waffen weiter zu verbreiten. Random Guy möchte wissen, dürfen Eltern Kindern verbieten, ein Spiel zu spielen, obwohl das Kind laut USK dies schon darf? Bin 17 und meine Eltern wollen mir verbieten, CSGO ab 16 zu spielen. Tja, das ist leider das Problem mit den Eltern. Bis du 18 bist, können die dir so ziemlich alles verbieten. Es gibt also kein Recht auf Computerspiele, dass du irgendwo einklagen könntest. Musst du wohl leider die zwei Jahre noch warten. Oder du zeigst ihnen dieses Video hier und sagst, guck mal hier, das ist doch ein halbwegs vernünftig aussehender Typ, der auch sagt, ich lasse meine Kinder Sachen spielen, von denen ich denke, dass sie sie verkraften. Und guckt mal hier, ich darf das sogar spielen. Aber na gut, wenn sie sich den Rest meines Kanals anschauen, dann ist das auch vorbei. Ja, Fida Exity, Exity, Fida Exity, Fida, DeFida, will wissen, wo hast du die Sneaker her? Ja, die, ohne die Codes, ich bin mir auf den Arsch geguckt, die habe ich in Orlando auf der diesjährigen Star Wars Celebration bekommen, von Musterbrand oder Masterbrand. Das ist diese Klamottenfirma, die halt, ja, Anziehsachen zu Computerspielen machen oder eben zu Star Wars. Und die aber trotzdem ganz cool sind. Das heißt, also nicht so irgendwie, brr, einfach groß ein Logo drauf und für 50 Euro verkauft. Sondern das sind halt regelmäßig ganz coole Sachen, die so ein bisschen, wo man nicht sofort sieht, zu welchem Spiel das gehört. Also die kann man halt auch mal anziehen, ohne wie ein Kacknerd auszusehen. Und deshalb finde ich die sehr geil. Wobei, die sind halt schon ziemlich offensiv kacknerdig. Aber sehr geil. Ich ziehe denen natürlich auch nicht so viel ein. Die haben ja so ein ganz komisches Verschlusssystem. Da macht man also hier vorne diese Platte ab. Und da schlupft man da nur so rein. Also ziemlich cool. Das ist noch ein Prototyp. Also davon gibt es erst, glaube ich, eine Handvoll Stück. Kann man im Moment erst vorbestellen. Aber die sind dann auch, wie alles von Muster, Masterbrand, auch nicht wirklich günstig. Ich mache euch mal einen Link zu den anderen Masterbrand-Sachen, die es bei Amazon zu kaufen gibt, unten in die Videobeschreibung. Denn ich habe ja auch immer diese Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne über diese Links irgendwas bei Amazon kaufen. Das wird für euch nicht teurer. Aber weil ich das quasi an Amazon vermittelt habe, kriege ich da zwischen 5 und 7, glaube ich, Prozent quasi Vermittlungsgebühr. Das mache ich tatsächlich, wenn ich bei Amazon was bestelle, gehe ich meistens über den Affiliate-Link von TheChangeman rein. Und dann kriegt der halt ein bisschen was von dem, was ich kaufe. Irgendwer anders meinte noch, das wäre doch hinten eine Boba-Fett-Mütze. Und das ist auch sehr gut erkannt. Und die habe ich mir irgendwo bei Disney gekauft, auch während ich in Orlando war. Und die finde ich halt auch ganz cool, weil man auch nicht sofort sieht, ja gut, steht halt Star Wars hinten auf, weil man auch nicht sofort sieht, ach, das ist hier ein Stormtrooper oder was. Und ja, finde ich ganz nett. Ziehe ich immer gerne zusammen mit meiner Luke Skywalker-Jacke an. Die Luke Skywalker-Jacke, die gibt es auch bei Amazon. Dirty Specter schreibt, ich bin ja ein riesen Regina Pfeiffer-Fan. Sie heißt Regine. Warum hast du nicht mit ihr das Video produziert? Sie kann ja super gut mit Videogames. Hashtag Sarkasmus. Ja, die habe ich tatsächlich neulich in Berlin getroffen, auf der Straße. Also gesehen. Ich habe sie nicht getroffen oder so. Wer Regine Pfeiffer nicht kennt, die war zusammen mit ihrem Bruder Christian Pfeiffer, lange Jahre Kreuzritterin gegen Computerspiele. Christian Pfeiffer, Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, der mit seiner Institution eigentlich immer ganz gerne die USK abgelöst hätte und die entsprechend auch die Staatsgelder dann bekommen hätte. Über diese KfN und Regine Pfeiffer habe ich mal ein Video gemacht bei High Five noch. Aber lang, lang ist es her. Tatsächlich so lang, dass ich, als ich die Frau Pfeiffer gesehen habe, dachte, ja komm, lass sie ihr Eis essen. Die hat man auch seitdem nicht mehr gesehen, seit unserem letzten Zusammentreffen in irgendeiner Fernsehshow. Und ja, ist jetzt auch gut, wie ich irgendwann schon mal gesagt habe, man muss halt auch wissen, wann man gewonnen hat. Apropos gewinnen, kommen wir also jetzt zum Höhepunkt dieses Videos, nämlich zur Verlosung dieses Battlefield 1 Riesen Battle Packs. Battlefield 1 Revolution heißt das Ding, habe ich von EA zum Geburtstag bekommen. Ich habe nämlich letzte Woche tatsächlich Geburtstag gehabt. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an EA, aber ich glaube, das ist bei einem von euch tatsächlich besser aufgehoben. Denn ich zeige euch erstmal, was drin steckt. Also in erster Linie ist das mal eine dicke schwarze Kiste. Richtig gefällt Kisten. Schweren Verschlüssen und was ist da drin? La 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 la. Uh la la. Also zum einen fällt natürlich gleich mal ins Auge der Battlefield 1 Soundtrack auf Vinyl. Eine Langspielplatte, wer kennt denn sowas noch? Und damit man es richtig hören kann, gibt es dazu auch schöne Kopfhörer. Auf jeden Fall sieht es stylisch aus. Dann ist da noch eine Maus drin von Aorus. Klicky klicky. Ah, hat auf der rechten Seite keine Tasten. Das hasse ich ja. Da komme ich immer mit meinen kleinen Fingern drauf. Dann natürlich das Spiel selbst, Battlefield 1. In der Super Complete Edition, also mit Premium Pass, also inklusive aller Add-ons. Und nochmal Battle Packs und allen möglichen anderen virtuellen Gedöns. Und nochmal 20 andere Battle Packs. Also Battle Pack mäßig seid ihr damit voll ausgestattet. Aber hier ist natürlich das Herzstück. Ach so, hier. Tastatur nicht vergessen. Und hier jetzt aber das eigentliche Herzstück eben. Aorus, ich lasse eingepackt. Aorus, Grafikkarte, GeForce GTX 1060. Und ist da auch noch mit drin? Ist da drunter noch was? Ja, Treiber und Gedöns. Also nichts weiter Kichsentscheidendes. Aber ein wirklich schönes Paket. Und ihr könnt es haben. Was müsst ihr jetzt also machen, um diese Kiste zu bekommen? Ganz einfach, ihr müsst erstmal 16 sein. Das zählt zu den Teilnahmebedingungen, denn das Spiel ist ab 16. Und da sind wir wieder beim Jugendschutz. Gewinnspiele sind grundsätzlich, glaube ich, erst ab 14. Aber in diesem Falle eben ab 16, weil das Spiel ab 16 ist. Außerdem müsst ihr einfach nur hier in diese Kommentare das Hashtag Kiste verwenden. Also einfach Hashtag Kiste. Gerne einfach in euren Kommentar mit reinschreiben. Denn ich werde dann über die App Heartbeat, so heißt die, meine Kommentare nach dem Hashtag Kiste durchsuchen. Und dann zufalls generiert mir einen Namen dann rauspicken. Und den schreibe ich dann an. Und da würde es natürlich helfen, wenn ihr vielleicht in eurer Kanalbeschreibung, Selbstbeschreibung auf YouTube, schon irgendwie eine Art der Kontaktmöglichkeit drin habt. Falls das nicht, kann ich auch voll verstehen. Ich würde auch meine private E-Mail-Adresse da irgendwie nicht reinschreiben. Dann schreibe ich euch einfach in den Kommentaren an. Und sage hier, du hast gewonnen. Schreib du mir doch mal. Und im Zweifel schreibt ihr mich dann über Facebook oder irgend sowas an. Denn ich möchte halt, wie gesagt, meine private E-Mail auch nicht einfach so irgendwo hinschreiben. Ich brauche da natürlich von euch entsprechend irgendeinen Altersnachweis, dass ich auch weiß, dass ihr 16 seid. Aber keine Sorge, ich sammle keine Daten oder irgend sowas. Ist ja auch kein Gewinnspiel von irgendeiner Firma oder sowas. Das verschicke ich eben an einen von euch. Ich weiß ehrlich gesagt auch noch gar nicht so genau, wie denn das Ding. Ist mir gesagt ganz schön schwer. Kam in einer Riesenkiste mit 10 Kubikmeter Knallfolie außenrum. Das wird noch ein Spaß, das zu verschicken. Aber die Post wird schon wissen, wie das geht. Ein Sendeschluss ist der 29.10. Danach werde ich also durch die Kommentare gehen und nach Hashtag Kiste suchen. Und dann wird es einen glücklichen Gewinner geben. Beim Rest von euch hoffe ich, dass ich euch ein bisschen glücklich gemacht habe mit der Beantwortung eurer Fragen. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Schreibt gerne noch mehr Fragen und Kommentare unten rein. Dann werde ich die in der nächsten Folge beantworten oder wie gesagt auch direkt in den Kommentaren. Einige von euch haben ja gesagt, überrascht mich voll, dass hier der Kanalbetreiber auch selber kommentiert. Aber davon tun sich auch viele. Sagen wir Battle Bros, das sind noch bestimmt mehrere Leute. Ne, das bin nur ich. Aber es macht mir wie gesagt Spaß und deshalb hatte ich eben auch tatsächlich sehr viel Spaß zu sehen, wie der Kanal gerade wächst. Auch wenn ihr hier nicht wie auf anderen Kanälen jede Woche, jeden Tag mit Videos erschlagen werdet. Aber ich hoffe, die Videos, die ich mache, gefallen euch dann. Das nächste Video wird tatsächlich auch wieder ein ganz klassisches Gaming-Video. Das wird das nächste Dreadnought-Tutorial zum Dreadnought. Und dann sehen wir uns bzw. hören wir uns spätestens dann oder in einem beliebigen anderen Video. Vielen Dank fürs Eins-Schalten. Eins-Schalten. Ihr seid die Besten und ich bin der Fabian. Ciao. Hab extra Ciao gemacht. Wenn man meine neuen Schwitzflecke nicht sieht. Was ist das für ein Deo?